Und zwar ein Stück, wo eigentlich den Solopark eine Geile spielt, aber ich spiele es heute auf der Toba. Und dieses Stück ist von Vivaldi, habt ihr das schon mal gehört? Der klingt wie ein Hund, ist aber kein Hund, sondern ein Oponist. Und dieses Stück von Vivaldi heißt der Winter. Also ganz passend, aber er hat versucht in seiner Musik eine Geschichte zu erzählen. Und die Geschichte, die er jetzt erzählt, die zeigen wir euch. In dem ersten Satz von dem Winter geht es um die Kälte. Am Anfang hört ihr so richtig klirrende Eiszapfen. Das klingt dann so. Könnt ihr das hören? Richtig eisig. Das schneidet richtig ein. Ja? Dann sieht man quasi die Lichter von dem Eis. Ihr kennt das vielleicht, wenn man so auf den Schnee schaut und man es funkelt. Richtig schön, ja. Richtig schönes Funkeln. Oder Eisblumen am Fenster, wenn die funkeln. Und das ist das Hauptklima von diesem Satz. Und das klingt so. So. Und so schön das Eis ist, wenn man es anschaut, weil es so schön weis ist und so glitzert, so kalt ist es auch. Und wenn es kalt ist, dann friert eine. Und wenn es eine friert, dann klappt man mit den Zähnen. Und auch das hat Vivaldi komponiert und das klingt so. So. Jetzt habt ihr das alles mitgekriegt und jetzt spielen wir euch diesen Satz vor und ihr könnt schauen, ob ihr die einzelnen Teile da rein wieder findet. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020